Wie hat Eupen gespielt? Ja, wie viele Leute sagen, die zweite Stelle ist das Krieghof. Ja, wir haben ja die Chance, dass wir uns in der Aufstiegsrunde zurückmelden. Wir werden uns da richtig präparieren darauf und ich denke, dass wir eine gute Chance haben, auch da aufzusteigen. Ja, deine Proklusion von Ostende reicht für die erste Klasse? Ja, ich denke, sie haben auch ihre Probleme. Sie haben ein gutes Team, das arbeitet sehr stark. Vom System her ist eine taktisch sehr gut ausgebildete Mannschaft, schwer zu bespielen. Und auf diesem Platz heute war es natürlich ganz, ganz schwer. Aber ich denke, wir haben heute einen Punkt gemacht, der... Wir brauchten einen Sieg, aber ich glaube, Schalow hat auch gewonnen. Das ist ja kein Thema mehr. Jetzt geht es einfach darum, dass wir uns präparieren auf diese Aufstiegsrunde. Okay. De trainer Frank van Eupen ist tevreden mit 1 Punkt, aber er gab nicht einmal toe, dass sie eigentlich kamen zu spielen für 1 Punkt. Obwohl, elke Toeskauer hat das gesehen. Die Ausstellung von heute ist meegenomen für uns alle zwei. Eupen hat ein 3 Jahre Plan, aber finanziell müssen wir natürlich so vlug mogelijk proberen und mit einem Schalow hat es zu spielen. Ostendien findet sie für die erste Klasse. Auch Keupen. Aber sie sagt ja, die Wettbewerden von heute ist ein gleiches Spiel. Und natürlich durch die Überwünung von Schalowat. Das bleibt es spannend. Und wir hopen natürlich um sie wieder zu sehen. Nicht für die zweite Mal mit 0-0, als Kinder. Aber das war für die besten in der Eindronde. Und wenn man ihn fragt, dann belooft die eine Open-Wedstrijd. Denn dann hat das alles um die Knickers und nicht mehr nur um Berekeningen. Aber lass uns sagen, dass die Mann blij war, dass die negen Minuten vorbei waren. Und die letzte Sekunde, die zal ihn sich noch lange herinneren. Und ich habe mir die Frage gestellt, in der zweiten Klasse bleiben, dass es ein Kerkhof, wie der Vorsitzende von Brussel sagt, von Belgische Fußball. Und er sagt, ja gut, wir sind da noch aufgestaan. Und vielleicht tun wir das auch mit der Eindronde. Und Ostende findet die, net als seine eigene Ploep, das ist, für die erste Klasse. Alvast für die Eindronde. Wir haben nun unsere T-shirts an. Straks noch ein Kenteken in der ersten Klasse. Und dann sind wir da. Tot de volgende.